Die Türchen Nummer 19 Legen wir mal los Äh, was? Äh, leicht Okay, kann ich einmal ändern, alles klar I'm losing my grip Help! The same dream has been haunting me for many years Nu möchtu ni ert klättbekommen Yo, lady, Merry Christmas We can't seem to reach you You sleeping? You're gonna miss the best part Come on over, it'll be fun If you only knew how this dream tortures me I'm just not in Hello, my daughter Don't forget, tomorrow morning We're going back to visit your sister's memorial site Please pick up some flowers Love you Mom, how could I ever forget that day? Mhm What's this? My friends must be pulling a prank on me I know all about your dream But what you remember is only part of the story Okay If there's another version of the truth I have to know Das Medallion This can't be This is the same Medallion I see in my dream Audrey hat ihre Puppe geliebt, okay Blumen gefunden fürs Grab Meilig Abend brach ein junges Mädchen beim Schlittschuhlaufen mit ihrer Schwester ins Eis ein Ihre Schwester behauptet, sie hätte jemanden oder etwas gesehen, das das Mädchen herabzog Taucher konnten das Mädchen nicht finden Die Familie glaubt jedoch, dass es weiterhin am Leben ist Wir sehen sie jede Nacht in unseren Träumen, sagt die Mutter des Mädchens Es ist weiterhin völlig unklar, was geschehen ist und was aus dem Mädchen wurde Das scheint wohl Audrey zu sein Autoschlüssel Das ist Audrey Und dann wollen wir mal rausgehen So Uh, was ist denn für ein cooles Auto It's so strange I've been haunted by the same dream for a long time It's from when my sister disappeared under the ice And I couldn't help her And now this package with its Medallion I've gotta go back there Find out the truth Das ist das Grab dann Wahrscheinlich Und da kommt das Medallion rein Where am I? How did I get here? Okay Okay It's my pleasure to welcome you to the kingdom of Snow Hill Where truth is valued above all else The queen is waiting for you Follow me Interessant You must be very brave As only the courageous can accept the truth Your sister is still alive Save our kingdom And you'll get your sister back Okay Okay Alle eingefroren How do you like feeling helpless my queen Now that I've got your powers Nothing can stop me from going through the portal As for you Leonardo You'll get what you deserve Whoa She turned everyone to ice It's a good thing she didn't see me over here Eh, was nu? I, I can't move They're so powerful But I see they've had no effect on you Once they seize the queen's powers They'll be much more dangerous Please Help me get free from their spell There's a defrosting potion in the alchemist house But you'll have to find a way in first Okay, jetzt muss ich die Sachen wohl alle einsammeln Ah Anweisung Pinsel Ah Okay Okay Okay, da kann ich jetzt auch noch was einsammeln Achso Achso, da Anweisungen Da habe ich die andere Hälfte Hm, muss ich aber erstmal die komplette Puppe finden Da kann ich das Pferd reinstöpseln Eine Voodoo-Puppe Ach, der Hammer Der zu den Zwergen So Ach, da kommt die Woodoo-Puppe rein Roter Edelstein Und eine Tarotkarte Und eine Tarotkarte Ah Wie komme ich denn da jetzt rein? Okay Ah So Alles klar Okay Ach dann Ach, die Grünane I have so Pinsel Hey Okay Okay Jetzt habe ich den Draht. Jetzt kann ich da die Puppe draufpacken. Wie geht's? Okay. Jetzt kann ich da rein. Okay. Eh. Alles klar. Oder auch nicht. Weiß zwar nicht, was das... Ach doch, das ist das Herz, was hier drin kommt. Alles klar. Oje. Kleber. Hm. Ich brauche ein Rezept. Ich glaube, das ist eine Spur vom Kleber geblieben. Bring die Etiketten wieder an die richtigen Stellen. Hä? Okay, das sind nur halbe Dinger. So. Das und das und das und das und das und das und da hin und das kommt da hin und das hier hin. Und das da hin und das da hin und das hier hin und das dann dort hin. Okay. Ein Wachstumstrank. Da kann ich dir bestimmt drauf anwenden. Okay. Okay. Da kann ich dir bestimmt drauf anwenden. Gurgelhausschlüssel. Ach du Grünleiner. Entwirre das Bild, um zwei benachbarte Puzzletalle zu tauschen. Wähle den Bereich, in denen sich die Ecken bühre und teile die Tauschen, wenn die Grün markiert. Was? Ja. Oh Gott, ist das kompliziert. Okay. Äh. 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 So, jetzt habe ich fast die obere Reihe durch. Jetzt habe ich die obere Reihe durch. Jetzt habe ich die obere Reihe durch. Wie ist denn hier weit? Nee, so vielleicht. Nee, das passt auch nicht. Wieso passt das denn hier nicht? Oh, Mann. Hm. 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 Okay. Ah, schon fertig. ach man das war heftig okay blaue kristall den pilz pulverisieren blaue kristalle was auch immer das ist so sind Froschbeine was ist das? das ist der Rattenschädel Drachenzahn Schnecke glaube ich nee Drachenaue war das Bären Ahornblatt Nashorn Schnecke Fledermausflügel Ach damit den zerstoßen genau und jetzt habe ich da das Pilz pulver da ist der Trank okay und wenn ihr wissen wollt wie es weitergeht dann spielt es doch einfach mal selber und dann würde ich sagen sehen wir uns morgen wieder beim Türchen Nummer 20 bis dahin c Studios und dann geht es cinnamon